So, 19. Januar. Es wird starkes Tauwetter mit Regen einsetzen. Höchste Zeit, dass Frost hierher kommt. Ja, das funktioniert. So, das muss man für den Anfang reichen. Jetzt noch die Arme, Gesicht und dann kann es auch losgehen. Und es fängt an mit Schneiden. Ja, also die Arme noch und das Gesicht. Ja, ich würde sagen, er ist fertig. Und dann lege ich mal direkt los mit dem ersten Frosty-Beköstigungs-Frosty-Willkommens-Fütterung oder wie auch immer man das nennen möchte. Die Mütze sitzt irgendwie nicht so. Egal. Die Frosty-Saison 2021 ist eröffnet. Ich starte mal mit ein paar Nico-Artikeln hier. Ja, der Spin-Doktor, der natürlich direkt erstaunt. Okay. Da kam zumindest Sound. Noch mehr Nico. Und? Es kommt oben raus. Na ja. Hauptsache, das Feuerzeug geht weiterhin noch an hier bei dem Schnee. Hab keinen Ersatz. Na, das ist doch prima. Klappt doch heute. So, jetzt muss ich gucken, ob das hier bei dem Wetter überhaupt noch geht. Na ja. Okay. Puh. Knatter Fritze. Jo. Fein. Ja, jetzt wäre natürlich gut, wenn ich hier das richtige Feuerzeug einstecken hätte. Ach nö. Ja, das will irgendwie nicht richtig. Ach du meine Güte. Jetzt war die Kamera gerade aus. Und das nächste hat sich entzündet. Menno. Das hat sich irgendwie nachträglich entzündet. Na komm, jetzt kriege ich das andere auch noch an. Oh nee, komm, geh jetzt. Ja. Jo. So, zum Abschluss noch ein Cyber-Kreckling. Im Weltraum hört man natürlich keinen Ton, deswegen ist es natürlich auch ohne Kreckling. Hey. Ja. Hab ich mal draußen gemacht, damit man es besser sieht. Und das war's und dann bis morgen und tschüss bis zum nächsten Video.